Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Hier ist nur irgendwas anderes. auch noch irgendwie sinnlose werbung da ist ein rettender speicherpunkt ja nur diese beiden hier ist nur eine hintertür er untersucht ist hier in diesem raum angeblich so groß ist der raum nicht also hier okay da ist ein energie leider der an den apollo kern anknüpft den kann ich nutzen passen sie dadurch elektronik abschalten tief durchatmen zusammen drücken kinderspiel ich dann nicht hoch um sie auszuholen ich muss ihn zuerst abschalten ach quatsch das tut nicht weh also ja ich muss das hier hin ich muss meine Waffen wieder haben und ein Wir haben überlangen was sozusagen. Ende. Meinen wir, wenn ich einen Zeitdruck haben? Äh, dann den, den, und dann Poké Ball. Wo sollte ich da oben hin? Achso, die beiden Spumler, die nehmen die anderen. Ich hab beide Seiten, ich bin vielleicht zuerst gelaufen. Ich hab die Nacken, alle töten. Ja, etwas stimmt nicht mit Ihren Syntheten. Das Team, das ich zum Ausschlachten des unteren Wohnbereiches beordert habe, hat plötzlich angehalten. Sie haben irgendwas von Gefahreneindämmungsbefehlen gefaselt, haben versucht in die Kontrollkabine einzudringen und sind dann einfach abgehauen. Riccardo, der Leiter ist vorübergehend offen. Ich hab hier die abholen Schaltpläne vorgegeben. Es sieht so aus, als ob Sie mit den Tudinenschacht zu verhalten sind. Die Turbine läuft heiß, Riccardo. Auf vollen Touren. Da ist irgendwo eine Notabschaltung in der Nähe sein. Aber sie wird nicht ewig abgeschaltet bleiben. Sie müssen schnell da rein. Das kommt mit den besten Größen von mir. Ich stehe das nicht abgeschaltet und dann da durch. Das kommt einfach durchatmen. Oh, jetzt ist es sprinten. Ich hab Pokémon, Komilus Alien, L und Kritzlikracker. Turbine ist aus, der Weg sollte jetzt frei sein. Beilen Sie sich, wenn Apollo Systeme überhitzen werden Sie neu starten. Torino beseitigt. Torino wird gestartet. Hey, durch. Das wird knapp. Viel Glück. Ripley, Sie gehen immer tiefer in Apollo und Ihr Funksignal wird schwächer. Die Verbindung wird bald abbrechen. Super. Drücken Sie mir einfach die Daumen, okay? Dort wird so einige Hibis aus dem Artenweb. Könnte gefährlich werden. Samuels hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffe. Ich muss es versuchen. Ich habe keine Waffe. Ich habe keine Entfernung. Ich auch. Okay, mal speichern. Ich muss in die Uhr gucken. Fünf. Hm. Hm. Riccardo, der Haupteingang ist versperrt. Irgendeine Idee, was ich jetzt machen soll? Ich kann Sie nicht hören, Ripley. Hm. Ihr Signal ist zu schwach. Riccardo? Verdammt. Falls Sie mich hören können, finden Sie einen anderen Weg, um Kontakt herzustellen. Etwas stimmt nicht mit meinem Hörer. Ich kann mich hören können, wenn Sie nicht hören können, wenn Sie nicht hören können. Gasmaske. So einfach geht das. Spanning, etwas Verrücktes ist gerade passiert. Servastopol ist vom Markt. Es gibt einen Käufer. Nur Wochen, bis der Laden komplett aufeinander genommen wird. Und auf einmal der Gasmaske erschriert. Jemand im Firm-Hauptquartier musste einfach nur mit den Trägern in den Verstücken. Wir haben soeben eine Bestätigungsnachricht erhalten. Und da Apollo gerade ein neues Betriebsregelwerk empfängt, ist der Vertrag wohl unter Dach und Fach. Wir kennen dich sogar nur auf Verwaltungsebene bei Bedarf. Die Anhaltung haben aber bescheiden. Die Anhaltung haben aber bescheidliche Beförderung, wie? Geister weg. Uh, hey ya. Uh, hey ya. Hm, gehen wir durch. Oh, ich hasse auch. Du, dann du, dann du und das ist ja hier. Da. Da läuft das, da läuft das. Linker Serverspeicher aktiviert. Rechter Serverspeicher aktiviert. Okay, beide Seiten. Hier ist einer. Oh, natürlich ist da oben. Alle Handelsvertreter des Vonscheinens müssen sich bei Besuch beim nicht gelegenen Syncates melden. Wir haben da einen Schocker. Woher sehe ich für den Impostkampf? Okay. Ich muss eine von Ihnen einschalten, um Zugang zu den Sicherheitsspeichermodulen zu erhalten. Okay. Dann, 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 dann. Dann, 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 dann Das war's für heute. Okay. Mit Sicherheit denken. Mhm. Ich bin zwar nicht in diesem Raum hier. Die Leiden anmachen, dann kann man nicht mehr durchkommen, oder was? Keine Ahnung. Ich scheine im Finale zu bleiben. Hoffe ich. So geht bei dem Fasten-Tasten liegen. Achso. Sollte mir das Leben noch nehmen? Hm. Ähm. Okay, können wir einfach zum Zecken. Ach ja. Kann man mal speichern? Okay. 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 Bitte, bitte, bitte. Bip, 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 bip. Ein Glück. Nur Pause. Bisher und nicht Finale jetzt. Nur eine Pause. BIP! Was zur Hölle? Zwei Tage nachdem wir los sind? Das kann nicht wahr sein. Hundesöhne. Es ist nicht auf der verdammten Station. Was? Scheiße. Wir müssen den zentralen Reaktor scannen. Nein, danach nicht mehr. Das ist schon zu spät. Das ist schon zu spät. Arni, wir bauen bessere Welten. Oh, ist er da. Auf den Terminal. Ah, das ist ein Z-Spot. Das ist ein Z-Spot. wir sind zweiter das ist mir schon aufgefallen die die ich bin hier was gibt es zu berichten sie ist nicht verkauft Ricardo, Apollo weigert sich nachzugeben. Angeblich stimmt was mit dem Reaktor nicht. Sie gehören zur Firma. Sagen Sie ihm, das juckt sie nicht und er soll tun, was Sie sagen. Tut mir leid, Ricardo, aber ich bin nur ein kleiner Fisch. Ich, Samuel, Taylor, wir alle. Wenn wir was wert wären, würde Apollo uns wahrscheinlich nicht so ohne weiteres sterben lassen. Aha. Der Ausreaktor. Es knallt, dass er eh noch da ist. Habt ihr mich schon Angst gemacht? E1 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 5 6 7 7 7 7 8 7 8 8 8 9 9 10 9 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 16 15 15 15 15 15 16 15 15 16 17 17 16 16 17 Wir behalten Details im Auge, so dass nichts anbietet. Ist das nicht? Nein. Schnellen Schallung geben, dass wir die Kameras ausstellen. Ich werde nirgendwo anders erwartet. Sie können sich genauso gut jetzt zeigen. Zurück zur aufgetragenen Aufgabe. Okay. Wir sind hin. Okay. Wir werden keine Alien-Schichten haben können. Ist alles gut. Weg. 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 Psssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Limm mal, kann man ja wissen, das hätte man ja noch wirklich, das haben wir eh wirklich gelebt. Ah, ich hab's gelesen, also Hugo, ich hab keine Antwort draufgegeben. Okay, aber da gibt es mehr. Alle Lokalen stehen zum Reaktorberat. Die Türmen hinterlassen müssen jederzeit geraten werden. Aha. Das wirkt sich auf meinen Zeitplan aus. So, Oberkopf da oben. Was ist das? Ist da jemand? Sie sollten nicht hier sein. Der Rest ist schweigen. Ja. Beim Rest darfst du schweigen. Zack. Das wird unzureichend. Strom wiederherstellungen zu machen. Das wird eine Runde vorhanden. Das werden wir wiederholfen. Sie sollten hier dann nicht ein Wetter nicht eingekommen. Zum Jä divorce. Das ist ja estállt. Das ist das ein Wetter. Das ist das Wetter. und hier machen einmal zweimal eben Und jetzt? Die Tür ja auch. Nur. Ah. Hey, geht der Glückwunsch nicht mehr. Hoffentlich. Okay. Okay. Ich kann ihn wieder aufschrauben. Ich finde es ja jemals noch ein bisschen stärker, also es geht noch ein bisschen schneller. Wenn wir uns aber vielleicht richtig viel zu etwas getan haben. Okay. Ich finde es geht auch. Wir beginnen uns auf einer erhöhten Gefahren einbimmungsstufe. Das könnte echten Schaden anrichten. Das ist nun wirklich nicht nötig. Nee, hör auf, geh weg. Diese Mistkerle. Das ist zwecklos. Das ist noch nicht nötig. Keinen mit Mein Bolzenschießgewehr Mein Bolzen wieder? Nein Mehr Bubble-Bobble 6,8,3,2 Super sicher Die haben glaube ich eine Elienkönigin eingespüttet oder sowas Auf jeden Fall werde ich auf jeden Fall noch nicht nur einen Elien am Ende haben Okay Okay Riccardo, waren Sie jemals im Reaktor? Hab die Tour lange gemacht Ich habe in einem mein Training absolviert Das fühlt sich wie vor Ewigkeiten an Riccardo, 45 Euro, geil Machen wir weiter Ja Schön von ihm hier Ich habe es gesehen Es hatte mir den Rücken zugewandt, ging den Schuh herum Ich dachte, als ob es das normalste auf der Welt wäre Ich habe mich versteckt, aber als ich aufsah, war es weg Ich glaube, es hat sich unter dem Fußboden versteckt Oder in der Decke Sevastopol besteht aus Lüftungsschächten, Rohren und verstaubten Räumen In die niemand seit Jahren mehr einen Fuß gesetzt hat Es könnte überall sein Danach müssen die Marshals gesucht haben Das hätte mir nicht vorenthalten werden sollen Chief Ende Lacht sie noch ein bisschen so Aha, vorenthalten werden Viel Gas Mein Tisches ist jetzt 5 Uhr irgendwas, ne? Und jetzt ist das 4 Uhr 22 Ich bin oben auf dem Reaktorkern, Riccardo Sehen Sie schon was? Nichts Ein paar Androiden Kernsteuerungssysteme Das übliche Ich werde auf der unteren Ebene nachsehen müssen Da sollte irgendwo ein Aufzug nach unten sein Ein paar schon richtig, oder? Hm, der ist ja nicht möglich Da heißt ja, kämpfen Und gut zielen Hm, der ist ja nicht möglich Scheiße Bösh Tökel Bösh Vast Bösh Bösh Ich hätte doch die E.P. ausgebildet. Ich hätte die E.P. ausgewählt, weil ich unbedingt mit dem Molotow-Cooktie flippen möchte. Nein, allerdings kann ich die Beute nicht so benutzen, aber gut zu wissen, dass das so funktioniert. Ich bin oben auf dem Werkdruck, Händler. Sehen Sie schon was? Nichts. Ein paar Androiden, Kernsteuerungssysteme, das Übliche. Ich werde auf der unteren Ebene nachsehen. Da sollte irgendwo ein Aufzug nach unten sein. Ich muss doch ran, oh mein Gott. Kann ich denn losgehen? Dankeschön. Nachladen. Ich muss nur kurz ziehen. Wenn du da, oder? Okay. Ja, Alpha oder Beta? Ja, Beta, bitte sicher. Da sind wir da. Weiß nicht, wie's für einen guten erwartet wird. Okay. Ein Mittagmüter. Oh nein. Bitte nicht. Genau das. Genau das. Riccardo, sie sind alle hier. Wer? Alle, die verschwunden sind. Alle, die sind alle in einer Art Nest gefangen. Das sind Eier, das ist eine Farm. Shit. Sie müssen verschwinden. Sofort. Vernichte das Nest. Nein. Ich will den Eiferkehren. Okay. Oh oh, ihr habt ihr die ganzen geschlüpften Eier gesehen? Habt ihr die ganzen geschlüpften Eier gesehen? Oh Gott. Oh my god. Oh my god. Oh my god. VERSEEM Das war's. Oh, diese Headcraps, oh Gott. Nur Wildhugger heißen die hier. Ich weiß nicht. Extrem vorsichtig sein, wo wir gehen. Und wie ich die Gang im Bus töten werde. Okay. 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 Okay.